Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eine Frage, die immer wieder auch auftaucht ist, muss ich Adhan machen, muss ich Iqam machen, muss die Frau das auch alles machen? Und in all diesen Sachen gibt es Ikhtilafat, abgesehen von der Frau, bei der ist es eigentlich klar, dass sie das nicht machen muss. Bezüglich Adhan und Iqam gibt es Ikhtilafat, ob es muss ist oder nicht muss ist. Die Mahatilaten sagen, dass es kein Muss ist, dass du musst nicht Adhan und du musst nicht Iqam machen. Aber trotzdem ist es gut, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn du Adhan machst, jeder der dich hört, der du Adhan machst, jedes Tier, jeder Stein, jeder Baum, der wird für dich Zeuge sein am jüngsten Tag und er wird mindestens für dich Dua machen, subhanallah. Deswegen ist es gut, wenn man Adhan und Iqam macht. Und es ist natürlich eine schöne Sache, wenn du das zu Hause machst, der Schaitan haut davon ab, deine Kinder hören Adhan und es gibt so viele Vorteile von dieser Sache. Und das kannst du auch gleichzeitig deinen Kindern beibringen, dass sie das auch machen. Es ist viel, viel Khair. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, zwischen zwei Adhan, also Adhan und Iqam, ist eine Dua, die angenommen wird. Das ist auch ein Grund, warum man das auf jeden Fall machen sollte. Na ja.